Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Kollege Ernst, Sie haben jetzt zwar viel erzählt, und das Wort Vermögensteuer ist ganz zum Schluss auch noch vorgekommen. Aber Ihren eigentlichen Antrag, den Sie heute hier vorlegen, haben Sie jetzt nicht vorgestellt. Und die Konsequenz, ich weiß nicht, ob ich das jetzt auch noch übernehmen soll. Aber zusammenfassend, da dieser Antrag in jeder Lesaturperiode kommt, kann man sagen, zu Beginn dieser neuen Lesaturperiode kommt hier wieder ein Enteignungsantrag der Linksfraktion hier auf den Tisch. Naja, wie würden Sie es denn sonst nennen, wenn Ihnen der Staat jährlich 5 Prozent des Privatvermögens entziehen soll, unabhängig von dem Einkommen, was Sie im Jahr verdienen. Bei den Betroffenen ist das schon eine Art Enteignung. Und ich gebe zu, Sie haben einen Freibetrag vorgesehen, nur für die betroffenen Personen, wenn der Staat darüber hinaus über diesen Freibetrag 5 Prozent einzieht, dann ist nach 20 Jahren nicht mehr allzu viel da. Und von daher ist das schon eine schwierige Situation. Mein Kollege Hans Wickelbach wird nachher noch grundsätzlich auf den Antrag eingehen und auch auf das Thema. Und deswegen möchte ich mal die Zeit nutzen, tatsächlich praktische Auswirkungen Ihres Antrages vorzustellen. Ich nehme jetzt mal Ihr Lieblingsfeindbild, einen sehr erfolgreichen Personenunternehmern, ich sage jetzt einfach mal mit einem Betriebsvermögen, von 25, 55 Millionen Euro. Zugegeben, ein großes Unternehmen, aber diese Familienunternehmen tragen Hauptlast und sind Garant für sichere Arbeitsplätze. Wenn es bei dieser Firma jetzt gut läuft, dann macht die im Jahr 4 Millionen Euro Gewinn. Weil es eine Personengesellschaft ist, 45 Prozent Steuersatz, wo es Solidarität zuschlägt, also roundabout 50 Prozent Steuern, zählen so von 4 Millionen 50 Prozent ab, bleiben noch 2 Millionen Euro übrig. Und jetzt kommen Sie mit der Vermögensteuer. Ziehe ich Ihren Freibetrag ab, dann muss er noch 5 Prozent von 50 Millionen Euro jährlich versteuern, sind 2,5 Millionen Euro Vermögensteuer jedes Jahr. Er hat 4 Millionen Euro verdient, 2 Millionen Einkommensteuer und 2,5 Millionen Euro Vermögensteuer. Das macht unterm Strich eine halbe Million Verlust. Was glauben Sie, wie lange dieser Unternehmer in Deutschland noch tätig ist und wie viele Arbeitsplätze dadurch vernichtet werden? Da können wir wirklich nicht mitmachen. Ich nehme auch gerne mal einen kleinen Selbstständigen. Nehmen Sie einen kleinen Selbstständigen, der ein Hotel betreibt mit 40 Zimmern. Wenn Sie da Ihren Freibetrag von 1 Million Euro abziehen, können Sie gerade noch den Frühstücksraum und die Hotelbar retten. Bei den anderen 40 Zimmern nehmen Sie ihm jedes Jahr 5 Prozent. Zwei Zimmer pro Jahr. Nach 20 Jahren sind fast keine Zimmer mehr da, zwar die Hotelbar und den Frühstücksraum, aber das hilft diesem Unternehmer auch nicht mehr weiter. weil er keine Gäste mehr hat. Diese Politik lehnen wir grundsätzlich ab. Auch wenn Sie es nicht hören wollen, möchte ich Ihnen auch ein kleines Beispiel geben, wie Ihr Gesetzentwurf, wenn wir ihn tatsächlich umsetzen würden, totale soziale Verwerfungen am Wohnungsmarkt auslösen würden. Nehmen wir einen Wohnungseigentümer, der ein Haus hat und mehrere Eigentumswohnungen, dann streiten wir uns nicht über den Freibetrag. Wenn er jetzt eine Wohnung hat, die 200.000 Euro wert ist, und er hat mit dem Mieter einen guten Mietvertrag ausgehandelt, kriegt 4 Prozent Mietrendite, dann sind das 8.000 Euro im Jahr, was der Mieter an Miete zahlt, an den Unternehmer, der diese Wohnung zur Verfügung gestellt hat. Und wenn er 8.000 Euro im Jahr Miete bekommt, nach Abzug der Steuern, bleiben ihm vielleicht noch 5.000 Euro übrig. Und es ist kein Quatsch, wenn Sie jetzt noch 5 Prozent von dem 200.000 Euro Wohnungsbestand, der Verkehrswert, haben wollen, zahlt diese Person 10.000 Euro Vermögensteuer im Jahr. 5.000 Euro Mieteinnahmen, 10.000 Euro Vermögensteuer jedes Jahr, bedeutet unterm Strich wieder 5.000 Euro Minus. Ja, was glauben Sie lang, wie der noch Freude hat an seiner Wohnung. Jetzt wird er das Gleiche machen, was er schon versucht bei der Grundsteuer zu machen. Die Grundsteuer muss der Eigentümer zahlen, und er versucht sie abzuwälzen auf die Mieter, und macht dies auch. Wenn er jetzt hergeht und versucht, die 10.000 Euro Vermögensteuer auf die Mieter abzuwälzen, dann wird aus diesen 5.000, 8.000 Euro Miete im Jahr wird eben dann 18.000 Euro Miete im Jahr. Das heißt, von monatlich 660 Euro Miete, was der Mieter zahlt, werden 1.500 Euro, denn das ist eine Mieterhöhung von über 200 Prozent. Einen solchen Vorschlag und eine so unsoziale Mietpolitik lehnen wir auch grundsätzlich ab, meine Damen und Herren. Und wenn ich mir jetzt nachschaue, wie sieht es aus in den Bundesländern, wo die Linkspartei Regierungsverantwortung hat. In Thüringen stellen Sie den Ministerpräsidenten, und im Landtagswahlkampf hat dieser gute Mann auch die Vermögensteuer nicht nur gefordert, sondern auch angekündigt. Wenn er Ministerpräsident wird, wird er über den Bundesrat eine Vermögensteuergesetzgebung in den Lauf bringen. Und als Rot-Rot-Grün den Koalitionsvertrag geschmiedet haben, auch da war noch von der Vermögensteuerinitiative im Bundesrat die Rede. Und wenn wir uns jetzt anschauen, vier Jahre später, nichts ist passiert. Kein Gesetzentwurf im Bundesrat zur Vermögensteuer. Man kann sagen, scheinbar ist in der Regierungsverantwortung, hier ist man klüger geworden. Dieser Erkenntnisgewinn fehlt der Linksfraktion noch. Jetzt haben wir ja vier Jahre Zeit, hier vielleicht auch noch mal nachzuholen. Wir lehnen auf jeden Fall eine solche unsoziale Politik für die Mieter, für die Familienunternehmen und für die Arbeitsplätze in Deutschland ab. Herzlichen Dank.